Die Deutschen sind bei der Geldanlage sehr sicherheitsbewusst. Das lässt sich daran ablesen, dass viele ihr Geld einfach nur aufs Festgeld- oder Tagesgeldkonto packen. Manche andere gehen eher und gingen eher in das Thema Gold, setzen also auf Sachwerte. Das Ganze also beliebt, aber ist es vielleicht nicht auch riskanter als gedacht? Darüber wollen wir sprechen mit Professor Hendrik Wolf von der Wolf & Hecker Finanzconsulting AG. Herr Wolf, warum haben die Privatanleger aus Ihrer Sicht denn in den vergangenen Jahren so stark auf diese Themen gesetzt? Die Privatanleger waren schon immer im internationalen Vergleich eher risikoavers. Das heißt, dass risikobehaftete Anlageformen wie Aktien, Private Equity und so weiter immer eine geringe Rolle gespielt haben. Und dann haben die Turbulenzen der letzten Jahre, Stichwort Finanzmarktkrise, Bankenkrise, dazu geführt, dass die privaten Anleger eigentlich noch mehr in die vermeintliche Sicherheit gegangen sind. Das heißt, Goldbahnen gekauft haben, Goldmünzen gekauft haben und sehr viel einfach bei Banken auch halten als Einlagen. Das macht immerhin etwa 40 Prozent des privaten Geldvermögens aus. Und man schätzt, dass im Bereich Gold etwa 5 bis 10 Prozent angelegt sind. Und das ist immerhin noch mehr als in den Aktien. Welche Schwächen weisen denn die genannten Anlagemöglichkeiten Festgeld und Gold in der aktuellen Situation auf? Wir haben zum einen beim Festgeld natürlich die Situation, dass wir im Grunde genommen, wenn man sich mal die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland anschaut, mit einer sehr robusten Konjunktur, mit durchaus auch etwas anziehenden Inflationsraten, an für sich höhere Festgeldzinsen bräuchten, die auch normal wären. Aber durch die EZB-Politik, die ja gerade auch Richtung Südeuropa schaut und Richtung der Länder, denen es nicht besonders gut geht, die Zinsen sehr niedrig gehalten werden. Das heißt, wir haben Festgeldzinsen oftmals zwischen einem halben und anderthalb Prozent. Und da ist es natürlich nach Steuern in keiner Weise möglich, die Inflation überhaupt zu besiegen. Wenn man sich zum Gold kommt, dann sieht man, dass der Goldpreis in den letzten Jahren natürlich sehr gut gelaufen ist. Wir haben in den letzten zehn Jahren etwa eine Versechsfachung des Goldpreises. Tolle Entwicklung. Aber man muss natürlich auch manchmal weiter zurückgehen. Und das sieht man zum Beispiel in den 80er Jahren minus 10 Prozent, in den 90er Jahren minus 30 Prozent. Das heißt, der Goldpreis ist nicht automatisch der Bringer, der jedes Jahr sich deutlich nach oben entwickelt. Und ein ganz wichtiger Punkt in unseren Augen, man erzielt keine Erträge dadurch. Der Goldbarren wächst nicht im Safe, sondern er ist immer gleich groß. Und das ist natürlich ein großer Nachteil, dass sich der Preis nur aufgrund von Angeboten Nachfrage bildet, aber keine Produktivität dabei ist. Sie haben eben das Thema Inflation schon angesprochen. Wie gefährlich kann denn Inflation werden, wenn man nur auf Gold und Festgeld setzt? Ja, man muss sich mal klar machen, wenn man jetzt die Hälfte in Gold, die Hälfte in Festgeld die nächsten zehn Jahre anlegt und geht mal davon aus, die Festgeldzinsen bleiben niedrig, rund ein Prozent, nach Steuern dann nochmal etwas weniger, der Goldpreis bliebe etwa gleich und wir hätten eine Inflation von, sagen wir mal, drei Prozent im Jahr, was von vielen Wirtschaftswissenschaftlern ja nicht ausgeschlossen wird, dass wir in die Richtung gehen, dann hieße das nach zehn Jahren ein Kaufkraftverlust von rund 25 Prozent. Das heißt, wenn wir jetzt 100 Euro einsetzen, dann haben wir beispielsweise noch 75 und dieses Risiko wird von vielen privaten Anlegern in unseren Augen viel zu wenig betrachtet. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht nun eine gute mittel- bis langfristige Strategie für den Privatanleger aus? Ja, da gehören natürlich Immobilien, Renten, sowohl Staatsanleihen wie auch Unternehmensanleihen mit dazu. Da gehören auch Versicherungen mit dazu, aber in unseren Augen der jetzigen Situation ganz wichtig auch eine gewisse Aktienquote. Da kann man sagen, umso länger der Anlagehorizont ist, umso höher. Wer zehn oder 15 Jahre Zeit hat, der sollte durchaus über 30, 40, 50 Prozent Aktienquote nachdenken und da sind wir in Deutschland noch sehr weit davon entfernt, in unseren Augen zu Unrecht. Also ein glühender Verfechter, Professor Hendrik Wolf, ein glühender Verfechter für die Aktie. Herzlichen Dank für das Gespräch.